Untertitelung des ZDF, 2020 unbezahlte Care-Arbeit anschauen und wir möchten über die Rentenlücke von Frauen reden. Deswegen freue ich mich, dass wir eine tolle Expertin dazu gewinnen können. Sie ist Redakteurin des Geldratgebers Finanztipps, sie ist Podcasterin, auf Geldreise heißt der Podcast und wurde 2020 vom Fachmagazin Wirtschaftsjournalist als Verbraucherjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Anja Zischowski. Schön, dass Sie da sind. Hi, ich freue mich, hier zu sein. Ich würde jetzt erstmal gerne fragen, warum ist überhaupt das Thema Finanzen für Frauen so immens wichtig? Warum ist es wichtig, dass wir darüber reden? Ja, also ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast, vermutlich schon. Diesen schönen Spruch, oder was heißt schön, ist er überhaupt nicht. Altersarmut ist weiblich. Ist überhaupt nicht schön, ist aber leider tatsächlich so. Jede sechste Frau in Deutschland, die ist armutsgefährdet. Das hat verschiedene Gründe. Angefangen dabei, dass wir Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, dass wir Frauen der Familie wegen häufiger beruflich kürzer treten. Dann gibt es noch die Punkte, wir suchen uns Branchen und Berufe, die meistens schlechter bezahlt sind. Und du hast es vorhin schon angesprochen, diese Gender Pay Gap. Wir Frauen, wir verdienen im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer und das bei gleicher Qualifikation. Und all das, das führt letztendlich dazu, ja klar, wenn ich weniger verdiene, kann ich weniger in die Rentenkasse einzahlen, bekomme auch weniger Rente. Im Schnitt sind es um die 400 Euro weniger Rente im Vergleich zu einem Mann. Monatlich. Monatlich. Blöd nur, dass wir Frauen ja eigentlich länger leben und das Geld eigentlich auch irgendwie länger reichen sollte. Tja, und das ist so der eine große Punkt, also diese Altersarmut. Wenn wir uns nicht um unsere Finanzen kümmern, dann droht das tatsächlich. Der zweite wichtige Punkt, der dreht sich um die finanzielle Unabhängigkeit. Ich glaube, keine Frau, die möchte finanziell abhängig sein vom Partner, von der Partnerin, vom Staat oder aber von den Eltern. Und da müssen wir Frauen einfach begreifen, dass Geld ein Mittel zum Zweck letztendlich ist, damit wir uns selbst verwirklichen können, damit wir unsere finanzielle Unabhängigkeit anstreben können und ja nicht erst diese Altersarmut droht. Der Zeitfaktor, das ist auch noch so eine Sache, weil wir Frauen, wir bringen täglich 87 Minuten Zeit zusätzlich auf für die unbezahlte Care-Arbeit. Das ist super wichtig, das haben wir jetzt während der Pandemie gemerkt, aber das ist die Sorgearbeit, also darunter fällt sowohl die Pflege von Angehörigen, darunter fällt alles rund um die Familie, also Kindererziehung zum Beispiel, dann auch zusätzlich Haushalt und so weiter und so fort. Das kommt alles on top obendrauf auf unsere Erwerbsarbeit und kannst du dir ja vielleicht vorstellen, du bist halt irgendwann platt und hast auch nicht mehr letztendlich die Energie, dich dann noch vielleicht abends hinzusetzen und mal zu schauen, ja, wie sorge ich denn jetzt? finanziell vor. Bevor ich damit aber anfange, also mit der Geldanlage, würde ich immer noch empfehlen, unbedingt Schulden tilgen, das steht an erster Stelle, einfach weil der Dispo sonst die Rendite auffressen würde und an zweiter Stelle Notgroschen aufbauen. Und da gehören drei nette Monatsgehälter auf ein Tagesgeldkonto, einfach für unvorhergesehenes, würde ich jetzt mal sagen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn das Auto liegen bleibt, dass ich dann darauf zurückgreifen kann. Betrachten wir das Ganze über die drei Säulen der Altersvorsorge, also nehmen dann neben der gesetzlichen Rente noch betriebliche Altersvorsorge dazu, beziehungsweise private Altersvorsorge, dann sind sogar 49 Prozent weniger. Das heißt, wir Frauen, wir haben im Alter die Hälfte von dem zum Leben zur Verfügung als Männer. Und das ist natürlich schon ganz schön krass zu hören. Wie viel gesetzliche Rente bekomme ich? Ja, dann bekomme ich die ganz individuelle Antwort für mich, für meine Situation, indem ich einfach mal die Renteninformation hervorkrame. Also die bekommen wir ja alle. Das, was man so einmal im Jahr per Post bekommt, irgendwo hinsortiert, ist bestimmt wichtig, wenn man sie braucht. Oh ja, genau. Also gerne mal im Anschluss an diese Veranstaltung einfach mal rauskramen und darauf schauen. Die bekommen alle zugeschickt, einmal im Jahr, du hast es schon gesagt, wenn sie 27 Jahre alt sind und wenigstens fünf Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, also das vielleicht vorweg, und auf diesem Wisch, da stehen ja unglaublich viele Zahlen. Ganz wichtig zu wissen dabei ist, dass die Zahlen alle in Brutto ausgewiesen sind. Das heißt, eigentlich gehen davon nochmal Steuern und Sozialabgaben ab. Und dadurch, dass wir ja nicht wissen, wie sich mal die Steuern entwickeln werden, sagen wir, bei Finanztipp pauschal 20 Prozent abziehen. Was ist denn, wie groß ist denn so eine Rentenlücke jetzt in der Regel für Frauen? Und wie errechnet man die? Ist das jetzt wirklich einfach nur Wunschrente minus gesetzliche Rente? Genau. Also das ist tatsächlich relativ einfach. Wunschrente minus gesetzliche Rente und schubs habe ich meine Rentenlücke. Was vielleicht noch so ein bisschen, also was heißt vielleicht, was noch zu berücksichtigen ist bei der gesetzlichen Rente. Da stehen ja wirklich super viele Zahlen drauf auf diesem Wisch. Die eigentliche Zahl, auf die es ankommt, die finde ich überhaupt nicht ausgewiesen in diesem schwarzen Kasten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst und das Bild von der Renteninformation vor Augen hast. Sondern ein bisschen tiefer im Absatz zur Rentensteigerung. Weil noch so eine Besonderheit bei der deutschen Rentenversicherung ist, die nimmt keine Lohnsteigerungen an und auch keine Rentensteigerungen an. Aber die gibt es ja letztendlich. Und das heißt, eigentlich sind alle Zahlen, die da ausgewiesen sind, zu niedrig. Wir können also ein bisschen mehr rechnen, als ausgewiesen ist. Was ja schon mal ganz schön ist für uns. Aber hilft uns ja nicht unbedingt, um schnell mal zur richtigen Zahl zu kommen. Deswegen einfach mal einen Blick in diesen Absatz werfen zur Rentenanpassung. Und da nimmt die deutsche Rentenversicherung zwei Szenarien an. Einmal eine einprozentige Rentensteigerung und einmal eine zweiprozentige Rentensteigerung. Das heißt, da stehen letztendlich auch zwei Zahlen drin. Die zwei Zahlen muss ich ganz einfach bloß zusammenrechnen, addieren. Und durch zwei Teilen, da habe ich dann meine voraussichtliche gesetzliche Rente. Also gehen wir davon aus, da steht dann drin 1.100 Euro und 1.700 Euro. Zusammenaddiert sind das 2.800 Euro. Durch zwei geteilt, dann bin ich bei 1.400 Euro gesetzlicher Rente. Aber wie auch bei den anderen Zahlen brutto, das heißt 20 Prozent gehen davon nochmal ab. Das ist doch super, wenn wir Frauen für uns vorsorgen. Und ich glaube, da sollte der Partner, Partnerin, sollte da entsprechend stolz drauf sein. Und man kann ja auch Partner, Partnerin mit ins Boot holen. Das geht ja auch. Und gemeinsam dann, also entweder man sorgt gemeinsam vor. Das funktioniert aber besser, wenn man verheiratet ist. Und da würde ich aber trotzdem immer auf einen Ehepartrag plädieren. Sozusagen in guten oder in guten Zeiten das regeln, was vielleicht in schweren Zeiten, in schlechten Zeiten ist, sehr viel schwieriger zu regeln. Das würde ich schon vorschlagen. Das Pendant gibt es auch für Unverheiratete. Das ist der Partnerschaftsvertrag. Man macht das dann entweder, wie gesagt, gemeinsam oder aber man setzt sich halt einfach gemeinsam hin, spricht darüber und macht das dann letztendlich aber trotzdem separat. Dass jeder für sich separat vorsorgt fürs Alter. Weil letztendlich haben ja auch beide eine andere Rentenlücke. Es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr zu regeln mit einem Partnerschaftsvertrag. Also gerade als unverheiratetes Paar, da hat man letztendlich keine Rechte. Also es geht dann schon zum Beispiel darum, was ist denn zum Beispiel, gerade wenn man ein Kind hat, aber wenn das Kind und der Partner im Krankenhaus sind, darf ich denn dann überhaupt entscheiden? Vor allem darf ich für meinen Partner zum Beispiel mitentscheiden. Wenn wir unverheiratet sind, wird das wohl kaum möglich sein. Das heißt, da kann ich noch wirklich viele andere wichtige Dinge regeln, den Partnerschaftsvertrag. Aber ich plädiere absolut für eine Ausgleichszahlung. Das sollte man als Paar definitiv regeln, wenn irgendwie ein Kind unterwegs ist. Weil es ist tatsächlich immer noch so, dass Frauen länger aus dem Job raus sind. Das bedeutet aber letztendlich auch, dass sie Gehaltseinbußen hinnehmen, dass sie Karrierechancen verpassen. Sie arbeiten ja aber letztendlich trotzdem bloß eben unbezahlt. Also ich meine, ich glaube, alle, die Kinder haben, wissen, wie anstrengend das sein kann. Und ja, warum sollte man dann nicht irgendwie dafür einen Ausgleich sorgen? Gerade wenn der Partner eben weiterarbeiten kann und wirklich seine Karriere vorantreiben kann. Also da wird ja dieses Gefälle noch viel, viel größer. Es ist nie zu spät. Einfach anzufangen. Anzufangen ist das Wichtigste.